Das Galaxy Note 8 ist das größte Note Smartphone, das Samsung je gebaut hat. Aufgrund des Display-Formates von 2 zu 1 ist es vor allem lang, was sich bei der Handhabung nicht immer als vorteilhaft erweist. So ist der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite nicht nur schlecht ertastbar, sondern auch viel zu weit oben angebracht. Das Display ist sehr hell und hochauflösend. Dank OLED-Technologie sind schwarze Bereiche wirklich schwarz. Die abgerundeten Edge-Render finden wir wie beim Galaxy S8 eher störend als nützlich. Das Galaxy Note 8 ist Samsungs erstes Smartphone mit einer Dual-Kamera. Diese bietet zwei Brennweiten und ermöglicht einen Portrait-Modus mit künstlich erzeugter Hintergrundunschärfe. Das funktioniert sehr gut, selbst komplexe Objekte werden freigestellt. Auch herkömmliche Aufnahmen gelingen mit dem Note 8. Die Bilder sind korrekt belichtet, haben eine gute Schärfe und kein nennenswertes Bildrauschen. Wie seine Vorgängermodelle hat auch das Galaxy Note 8 wieder einen eingebauten Stift, mit dem wir unter anderem Notizen machen können. Ziehen wir ihn im Standby-Modus heraus, können wir auf dem abgeschalteten Display Text eingeben und diesen als Always-On-Screen verwenden. Praktisch für Einkaufslisten. Im Inneren des Note 8 arbeitet das gleiche SoC wie im Galaxy S8. Zusammen mit 6 GB RAM ermöglicht das ein schnell und flüssig laufendes System. Ausgeliefert wird das Smartphone noch mit Android 7.1.1. Das Galaxy Note 8 ist technisch gesehen ein hervorragendes Smartphone. Besonders die Kamera und das Display gefallen uns überdurchschnittlich gut. Wir können uns bei der Displaygröße allerdings nicht mit dem 2 zu 1 Format anfreunden. 16 zu 9 hätten wir besser gefunden. Das Galaxy Note 8 kostet 1000 Euro. Ein stolzer Preis für ein Smartphone und für uns oberhalb der Schmerzgrenze, trotz der Vorzüge des Gerätes. Wer allerdings bereit ist, so viel für ein Smartphone auszugeben, findet kein besseres Gerät mit eingebautem Stift und Dual-Kamera.